Achso, Kanal, kommen Papierchristen auch in den Himmel. Guck, Luther hat es mal schön gesagt. Papierchristen sind ja die, die einfach getauft sind und dann hat sich das erledigt. Was machen die denn? Die leben letztlich auch ohne Gott. Letztlich sagen sie, mir egal, ich will nicht mit Gott leben, mir reicht es, wenn ich das Papier habe. Luther hat es schön ausgedrückt, er hat gesagt, das Wasser tut es nicht. Nur weil ich jemandem Wasser drauf spritze und sage, jetzt ist er getauft, das tut es nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017